Der Münchner Immobilienstandort ist einer der Anker für die Branche. Ist das auch zu Corona so gewesen und geblieben? Das fragen wir heute beim Dave Talk und bei mir ist Sven Keusen. Er ist von Rora Immobilien aus München der Sprecher der Gruppe. Schön, dass Sie hier in Berlin sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Keusen, ich habe da schon in der Anmoderation gerade so ein bisschen gesagt, wie war das? Ist München der Anker für die Immobilienbranche auch zu schwierigen Zeiten gewesen? Eindeutig, eindeutig. Das zeigt sich jetzt nach Corona in den Zahlen und in den Aufwärtsbewegungen, die der Markt schon wieder macht, zeigt sich, dass die Corona-Pandemie letztendlich teilweise spurlos an uns vorbeigegangen ist. Gott sei Dank, muss man sagen. Gab es denn irgendwelche Besonderheiten in dieser Corona-Zeit, die man hervorheben könnte? In der Corona-Zeit, ja, leidtragend. Sie merken es ja, so normalerweise würden wir ja auf dem Oktoberfest jetzt uns hier treffen. Also es sind schon viele Veranstaltungen ausgefallen und die Hotellerie, aber auch der Einzelhandel, wie deutschlandweit allgemein, hat schon stark gelitten, muss man sagen. Und der Gewerbemarkt und E-Commerce, wie sieht es da aus? Ja, das war ja eine spannende Frage. Wie wirkt sich, wie wirkt sich das ganze Thema auf die Büroflächennachfrage aus? Es war auch spannend zu sehen, wie der Einzelhandel, der Fach-Einzelhandel hier durch die Krise kommt und das ist wohl sehr unterschiedlich gelaufen. Also beispielsweise, was das Thema Büro angeht. Wir haben ja eine große Welle der Prolongationen vor uns gehabt und haben es noch, wo sich entscheiden wird, ob gerade große Firmen ihre Flächenbedarf erhöhen, stabilisieren oder einen Schritt zurückgehen. Und wir merken schon anhand der Untervermietungen und anhand der verschobenen Prolongationen, dass eine große Unsicherheit am Markt herrschte. Erste Prognosen lassen darauf hoffen, dass der Markt hier relativ unberührt durch die Krise kommt. Warum sage ich das? Weil ein gewisses Grundrauschen an Leerstand braucht einen Markt, um gut zu funktionieren. Das war lange, lange Zeit in München nicht der Fall. Wir hatten Leerstandsraten von drei, dreieinhalb Prozent, was im Prinzip für einen funktionierenden Markt zu wenig ist. Wir werden darauf zusteuern, dass wir vielleicht durch die Themen Corona einen etwas erhöhten Leerstand bekommen, was aber nur zu einer Normalisierung des Marktes herbeiführen würde. Und ich denke, dass das gesund ist für den Markt, auch für den normalen Wettbewerb. Weil dann werden Büroimmobilien, die modernisiert werden müssen, auch angepackt. Und insofern ist es vielleicht nicht ganz schlecht, dass die Pandemie hier zu einer Normalität geführt hat. Gibt es denn den Trend zu Homeoffice? Merkt man das verstärkt auch dann in Ihrer Branche? Absolut. Wir merken, dass die Großfirmen schon ihren Arbeitsplatzbedarf daraufhin optimieren und das intelligente Platzbesetzungssystem hier greifen. Wir merken aber auch, dass Mittelständler eher nicht so offen sind hinsichtlich Homeoffice, weil sie eben auch den Wert des persönlichen Zusammenkommens sehr schätzen. Und ich glaube, da gibt es Branchenunterschiede. Schauen wir mal auf das Käuferverhalten. Wie ist das im Bereich Investment? Also wurde da viel gekauft in der Pandemiezeit? Also in der Pandemiezeit war es etwas abwartend. Und wenn man sich jetzt mal die Umsätze anschaut in München, wir haben jetzt ungefähr 3,1 Milliarden Euro an Umsatzvolumen gesehen im ersten Halbjahr, was aber wie im Wesentlichen auf drei Geschäfte hinausgelaufen ist, die ungefähr ein Volumen von 2 Milliarden Euro hatten. Man merkt schon, dass da schon noch Nachholbedarf ist. Aber Stabilität wird jetzt, denke ich mal, einkehren, wenn die Pandemie einigermaßen überwunden ist. Und wie war das bei Miet- und Kaufgeschäft, bei Gewerbe? Ja, also wie gesagt, die Käufergruppen, die wir hier gesehen haben und die werden auch in Zukunft den Markt, glaube ich, dieses Jahr dominieren. Das sind Fonds, Spezialfonds, REITs und Family Offices. Family Offices kennen wir besonders gut und kennen da auch relativ gut, wie deren Strategien sind. Ich denke, dass der Markt zum zweiten Halbjahr nochmal hier einen Finish haben wird, einen Endspurt haben wird. Gibt es große Bauprojekte in München und Umgebung, die man vielleicht auch im Blick haben sollte? Also grundsätzlich muss man die ganze Ostachse mal in den Fokus nehmen. Denn im Osten entstehen oder sind im Fertigwerden, also im Prinzip im Abschluss, der Ostbahnhof und die gesamte Achse nach Osten hin Richtung Messe ist stark unter Entwicklungsdruck. Und da werden sich dann auch die Märkte neu bilden, was übrigens auch mit Corona grundsätzlich der Fall ist. Also die Märkte und die Anforderungsprofile der Kunden und auch die Renditefaktoren werden sich hier nochmal neu finden. Und ich sage jetzt mal so Themen wie das Baulandmobilisierungsgesetz, ich stolper schon über den Namen, so lange ist er, der ja auch nicht das ist, was der Name verspricht, wird auch nochmal den Einfluss haben auf dem Wohnimmobilienmarkt. Aber das ist auch bundesweit so. Also insofern sind wir in München mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit, mit einem hohen Anziehungskraft für Technologieunternehmen wie Apple, wie Google und auch in der Luft- und Raumfahrt, denke ich, werden wir weiterhin Zuzug haben, werden wir weiterhin eine sehr günstige, günstige Wirtschaft, florierende Wirtschaft darstellen können. Die Frage ist nur, wie München mit diesem Zuzug auch umgeht und wie wir da mit ruhiger Hand versuchen, die Probleme, die sich daraus auch ergeben können, zu meistern. Gibt es jetzt noch Investmentchancen für München? Weil man sagt ja immer, München ist so teuer. Lohnt es sich da zu investieren? Das ist eine super Frage, Herr Koch, die ja uns alle beschäftigt. Wir sehen, dass das Renditeniveau auf einem sehr, sehr schmalen Grad im Abstand zu den Zinsen ist. Wir merken, dass da nicht, oder wir spüren, dass da nicht mehr viel Luft nach unten sein kann. Allerdings muss man sagen, die Rendite, die laufende Rendite war ja noch nie der Motor der Investition, sondern es war ja eigentlich die Wertsteigerungen. Und wenn man sich das Thema Wertsteigerungen anschaut, dann muss man einfach konsultieren, dass wir auf einem relativ hohen Quadratmeterpreis schon sind und unter Umständen auch das ESG, also die ganzen ökologischen und sozialen Aspekte, zu einer starken Verteuerung noch führen werden. Das heißt, die Frage ist, wie viel Luft hat man denn wirklich in Wertsteigerungen? Und wenn Sie das anschauen, dann glaube ich, wird relativ klar, dass die Chancen im Prinzip nur liegen können in Refurbishment, in Umstrukturierung, in Umwandlungen, also in kreativen Ideen, die den Trend, die Trends aufgreifen und die Nachfrage aufgreifen. Ich sage jetzt mal zwei Beispiele. Das eine ist der Logistikmarkt. Der Logistikmarkt ist stark befördert worden durch die innerstädtischen Logistikunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, wie Gorillas, die jetzt den Lebensmitteleinzelhandel unterstützen in der Versorgung der Bevölkerung. Da braucht es intelligente Logistikkonzepte. Die Stadt München braucht große Logistikzentren, um die Stadt zu versorgen. Die Umlandgemeinden allerdings sind da nicht so ganz so offen dafür und möchten eigentlich Logistik nicht bei sich in ihrer Region haben. Wir brauchen es aber. Also braucht es intelligente Lösungen, wie wir solche Themen zum Beispiel angehen. Und Logistik ist ja ein stark boomendes Segment gewesen, jetzt in der Vergangenheit in der Pandemie und wird auch danach noch sein. Ein zweites Beispiel, das haben wir jüngst vermittelt. Wir haben ein großes Wohn- und Geschäftshaus mit einem Fach Einzelhandel im Erdgeschoss vermittelt. Und unser Kunde hat sich daran gemacht, dieses Refurbishment anzugehen. Und dem ist Folgendes eingefallen. Der hat den gesamten Erdgeschossebene und das Souterrain ausgeschachtet und hat da Short Stay Living reingemacht und damit die Rendite des Objekts enorm erhöht. Was dazu führt, wenn wir jetzt die Transaktion abschließen, dass wir ungefähr 30 Prozent Wertzuwachs in der Immobilie haben. Also Sie sehen schon, im Einkauf liegt der Gewinn, aber auch in der Kreativität und in dem Ideenreichtum, dass die Entwickler und Projektentwickler und Investoren und Unternehmer auch an den Tag legen. Und das wird die Zukunft sein, die in München erfolgreich ist. Kreativ und zukunftsweisend sind Sie auch noch mit einem anderen Projekt. Sie haben eine KI, eine Künstliche Intelligenz, wo auch Daten analysiert werden. Können Sie uns noch mal da einen Einblick geben, was da genau passiert und wie Sie das einsetzen? Ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Das Kind hat noch keinen Namen, kann aber schon laufen, was ja anders ist als in der normalen Welt. Ja, das ist ein hochspannendes Thema, das letztendlich auch die Denkweise des Vermittelns revolutioniert. Diese KI-Software geht Millionen Datenpunkte durch und analysiert Käuferverhalten, aber auch die Suchprofile unserer Mandanten, sodass wir uns sehr viel Zeit sparen in der Nacharbeit zu Corona, weil sich ja die Kaufkriterien wirklich deutlich verändert haben. Und es ermöglicht uns Off-Market, das heißt also mit der Direktansprache von Investoren, direkt auf die relevanten Zielgruppen zuzugehen. Und damit ändert sich letztendlich oder digitalisiert sich unser Verhalten und mischt sich auch mit unserer Erfahrung. Und deswegen ist dann eins und eins drei und nicht eins und eins nur zwei. Was gibt es sonst noch für spannende Projekte für die Zukunft, auch vielleicht dann noch in Zusammenarbeit mit dem Dave-Netzwerk? Ja, also ein Produkt würde ich gerne noch anreißen, weil das kurz vor Launch steht. Wir werden eine Bebauungsanalyse, die innerhalb von einem Tag auf dem Tisch liegt, das Investor auf dem Tisch liegt, auf den Markt bringen. Das bieten wir als kostenlose Leistung für unsere Kunden an. Mit dieser Software können wir Bestände analysieren und Reserven aufdecken, aber auch einfach neu zu strukturierende Grundstücke analysieren und dort den optimalen Bebauungswert finden und auch die Bebauungsmöglichkeiten. Hinsichtlich Dave, das ist und war schon immer spannend, mit unseren Dave-Partnern gemeinsame Geschäfte zu machen. Wir haben große Transaktionen miteinander begleitet, wo jeder einzelne vielleicht nicht ganz die optimale Lösung gebracht hätte für den Verkäufer, aber wo mehrere Partner halt die optimale Lösung gebracht haben. Wir haben in Wien ein sehr großes Investment begleitet mit dem Dave-Verbund und wir sind derzeit dabei, in der Münchner Innenstadt eine sehr große Immobilie gemeinsam mit einem Partner aus dem Dave-Verbund zu lösen, erfolgreich umzusetzen und zu vermitteln. Also insofern, Dave ist ein absoluter Zugewinn. Und unsere Kunden, wenn Referenz nehmen zu anderen Orten, dann finden sie dort verlässliche Ansprechpartner. Was ja auch ein nicht zu unterschätzender Nutzen ist. Also ein Mehrwert für alle Seiten. Absolut. Sven Korsen von Aurora Immobilien aus München, vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Und Ihnen liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse beim Dave-Talk. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und munter.